hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video ja ich rede wieder und zwar habe ich heute eine besondere karte und zwar diese hier weil einfach ich finde einfach dieses designer papier dieser kleine elf es schreit nach einer karte grad nicht so schön sie hat so besser ich hoffe ihr seht jetzt so toll wenn einfach diese elfen schreien geradezu lassen mich kullern so und wie wir diese karte machen zeige ich euch jetzt und zwar wir haben eine grundkarte hier in schiefer grau und die haben wir auf 14,5 gefalzt bei 10,5 und dann brauchen wir noch wir brauchen dann noch ein stück in blut orange in 14,2 mal 10,2 und dann noch ein stück flüsterweißen farbkarton extra stark in 9,8 mal 13,8 und dann noch ein bisschen designer papier und das brauchen wir in 13,5 x 9,5 dabei natürlich beachten nach dem muster gehen also wollen ja so die karte das heißt ich schneide jetzt hier die 9,5 und dann hier 13,5 damit hätten wir schon alles geschnippelt so zur dekoration ja wir haben hier einmal den kleinen elf dann habe ich ja auch aus dem designer papier einfach ausgestanzt da muss ich doch gerade mal suchen wo der denn ist da drauf ist er nicht da ist er so und zwar hier ich denke ich schneide mir den hier jetzt gerade mal obwohl nein ich schneide mir den hier weg und schneide mir auch gleich hier noch das Schildchen hier mit also da habe ich das Schildchen gestempelt und habe es koloriert und jetzt werde ich es aber einfach nur ausstanzen und die pakete brauchen wir auch noch einmal hätte man auch eleganter schneiden können natürlich so damit hätten wir das mit dem designer papier erledigt jetzt brauchen wir hier unsere framelits so aufpassen dass ich den falschen nehme so ja der passt und da brauchen wir hier noch das Schildchen und die Geschenke und das kurbeln wir jetzt einmal durch die Big Shot da bin ich wieder also wenn ihr euch wundert warum ich euch nie zeige wie ich das auskurbel das liegt einfach daran dass meine Big Shot dafür zu groß ist ganz einfach weil ich habe nämlich nicht die von Stampin Up die kleine schwarze sondern ich habe eine große weiße von derselben Grundfirma das ist ja alles von Sissix und ich habe da aber die große DIN A4 und ganz ehrlich die wird hier nicht hin passen die ist echt riesig und deshalb steht die nämlich da separat so das kann dann hier mal weg das habe ich gerade gesehen wir hätten uns das gleich noch ausstanzen können aber naja das machen wir dann gleich noch so jetzt brauchen wir ja was brauchen wir denn jetzt ein Stempelkissen wir wollen nämlich hier das Nordpol draufstempeln und da nehmen wir nämlich Gartengrün und dann brauchen wir noch das Blutorange für das fröhliche Weihnachten und ein Stückchen Farbkarton in Flüsterweiß fangen wir jetzt erstmal an mit Mohammed und fröhliche Weihnachten so immer aufpassen jetzt erst mal richtig rumstempeln so nach Pol ich sehe gerade mal hätte es da jetzt natürlich auch einfach in Schwarz stempeln können weil das Grün kommt jetzt dann doch da auf der Farbe nicht so gut raus dass es tatsächlich Grün ist ein bisschen schon oh erst zur Bescherung öffne ich habe den falschen Stempel Moment so wer lesen kann ist halt doch immer klar im Vorteil ich habe schon gedacht der ist aber komisch lang so da fröhliche Weihnachten jetzt haben wir es und zack ja nein ich habe mich nicht geschnitten einmal in die Steppelfarbe geditscht so das stanzen wir uns jetzt nochmal aus so so dann hätten wir das ja auch dann machen wir uns gleich noch das Glitzersteinchen drauf das glitzert eigentlich nicht es sind Lackakzente kommst du ja kommst du ja so jetzt fangen wir mal an kleben uns das hier jetzt zuerst mal da drauf das machen wir hier mit dem netten Snail aber am besten da wo wir das hier gleich ausstanzen besser da nicht das heißt gucken dass wir ähm warte mal jetzt einmal hups gucken wie ich schon bin hier so also einmal hier oben auf jeden Fall können wir wir können hier an den Seiten und unten aber da nicht zu hoch kommen und auch an den Seiten nicht zu weit rein und dann können wir hier in der oberen Hälfte nochmal eins machen so ich meine ich denke mal nicht dass es ein Problem gäbe wenn ich da durch den Kleber stand aber ich weiß auch immer mit mit irgendwas was quasi ja schneidet und dann in Begründung mit Kleber bin ich doch immer vorsichtig ja und ihr könnt das natürlich auch mittiger und gerader kleben als ich so und da stanzen wir uns jetzt ähm das hier rein und zwar müssen wir uns da jetzt einfach mal kurz eine Linie machen dazu brauchen wir einen Bleistift und nehmen wir uns da einfach ein Geodreieck und zwar habe ich mir die Linie da gezogen um 2 cm um halt hier sind die 2 cm sicher ich weiß als nie habe ich jetzt hier die 2 cm oder glaube ich sie hier ich sehe nichts mehr glaubt man das einfach hier sagen okay die steht unten drunter also so jetzt haben wir 2 cm und dann müssen wir natürlich auch gucken dass wir links und rechts gleich sind ich weiß gar nicht mehr was hatte ich mir da auch 2 cm links und rechts gut so ich lege das jetzt hier an habe ich jetzt hier bei 7 angelegt also hier auf 5 mache ein Strich hier rüber nicht ganz weil hier sehe ich das nicht so genau mit den 2 cm schiebt es dann hier ein Stück rüber dass ich hier wieder an der gerade Zahl bin also kein gekommeneres habe und dann hier wieder die 5 und den Strich verbinden so seht ihr jetzt habe ich hier meinen Strich und jetzt stanzen wir und zwar müsst ihr hier jetzt wirklich drauf achten entschuldigt die Lichtverhältnisse kommt gerade eben mal die Sonne raus wartet mal kurz ich habe jetzt mal hier noch das Licht angemacht ich hoffe es ist jetzt besser ich hoffe ihr seht das also ihr müsst gucken dass ihr jetzt wirklich mit den Ecken von der Stanze auf der Linie seid damit ihr auch gerade seid dass natürlich die obere also was jetzt von euch aus gesehen oben diese Ecke ist dass die natürlich oben mit der Linie abschließt einmal machen wir das hier auf drei mann kann das natürlich auf zweimal würde rein theoretisch reichen aber so sieht man das besser dass man hier auch noch gerade ist mal dass ich mir nicht wieder eine Ecke rein mache und zack und doch eine kleine Ecke habe ich hier doch drin hier eigentlich nicht so aber hier so eine kleine Ecke das kann man aber hier nochmal ein bisschen sich das passt schon so das schwierigste haben wir hinter uns und jetzt machen wir den Cola Mechanismus und zwar brauchen wir dazu ein bisschen Geld und zwar habe ich hier zwei Centstücke und dann brauchen wir einen Dimensional woher bist du denn? so kommt jetzt auf ein zwei Centstück nach Möglichkeit mittig ich mir das jetzt mal so dann sehe ich das besser halt was vergessen das muss man ja vor dem Aufkleben machen und zwar schneiden wir uns da jetzt die Ecken rund weil es soll ja kullern und Ecken kullern nicht so schön hier einfach mal so die Ecke ein bisschen rund schneiden so du bist mir noch ein bisschen zu eckig hier und das jetzt mittig auf das zwei Centstück so und nicht aufpassen, dass ich nichts verkehrt mache wir legen das hier jetzt so da rein ziehen das ab und legen jetzt das andere zwei Centstück mittig natürlich also dass das mit dem anderen ziemlich genau abschließt hier drauf so und tada da kullert es schon so jetzt kleben wir uns die Karte hier drauf müssen wir natürlich mit Abstand machen das heißt wir nehmen uns da durch den Tisch verschoben ups wir nehmen uns hier unsere Klebstreifen na so einmal entschuldigen wenn ich erst zwischendrin mal ruhig bin aber dann konzentrieren drehe ich mich weil bevor ich jetzt was falsch mache halte ich dann doch lieber meinen Mund so hier noch ein kleines Stück und können wir hier hin machen hier 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 holen wir hier einmal die Dinger mal ab so na so ach komm schon willst du mich jetzt veräppeln hör auf dich zu wehren ich gewinne sowieso ah siehste man die ganze Zeit ist er so trüb und jetzt wo man es eigentlich nicht unbedingt gebrauchen kann strahlender Sonnenschein ich brauche ich noch und das kleben wir jetzt hoffentlich gerade und mittig unser Stück Farbkarton in so tada dann unser kula lieb kleben wir auch mit einem der menschen auf den müssen wir uns jetzt aber nicht rund schneiden das war jetzt natürlich wieder ultra schlau von mir hätte man es gerade zu viel natürlich machen müssen aber dass sie eigentlich bloß mittig aufkleben müssen aber das funktioniert auch so tada ich liebe diese Karten so jetzt dekorieren wir erstmal noch schnell fertig los und das ich die So, jetzt haben wir es aber. Und fertig ist unsere Kulakarte. Ihr könnt natürlich auch den Elfen zu stempeln und kolorieren. Oder die Pakete, die ganzen Stempel habt ihr ja hier mit drin. Und ihr könnt natürlich auch alles selbst kolorieren oder wie gesagt, einfach aus dem Designerpapier ausschneiden. Aber falls ihr euch zum Beispiel das Designerpapier nicht holen wollt und wollt da irgendwas anderes als Hintergrund machen, reicht natürlich auch einfach das Stempelset. Weil rein durch braucht ihr nicht mehr die Framelits, weil man kann ja auch mit der Hand ausschneiden. Für sowas gibt es ja diese hübschen Dinger. Also das ist auch möglich. So, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit meiner Serie 10 Karten für Weihnachten. Und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst mir einen Daumen nach oben da und ein Abo. Wenn ihr nichts verpassen wollt, drückt auch noch das kleine Glöckchen. Da kriegt ihr immer eine Meldung, sobald ein neues Video online ist. Und ja, sonst sage ich Tschüss aus der schönen Pfalz. Und ja, sonst sage ich euch noch ein paar Mal.